Ah! NER! Alter, wie viele Autos da jetzt kommen? head voll cool, Simon, je hey, den du sight triffst, mit dem kannst du halt irgendwie kommunikativ interagieren, weil es erkriegt jedesmal eing anderer Mensch, mit dem du dir halt unterhalten kannst. Ja, fahr un Bißchen langsamer, in die nächste, die vierte Ausfahrt jetzt, jetzt die vierte Ausfahrt links. Also jetzt noch... Jetzt die dritte gleich. Also einfach, Never muito fahren. Schon langsam fahren. Schon langsam fahren. Äh, hat jemand nochmal die TS-IP von den Tiers hier? Ne, 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 weiter, weiter, weiter. Bruder, dann will auch kommen. Ich hab die TS-IP nicht. Also noch weiter, noch weiter, noch ein bisschen. Aua. Hä? Wurde geblitzt. Noch ein bisschen weiter, Luca. Oh nein, danke. Noch ein bisschen weiter. Schon langsam fahren. Hä? Hey! Hey! Aussteigen! Wie kann ich jetzt tanken? Das ist nur lustig, du bist einfach nur... Äh, zur Tanksäule gehen und dann auf Fahrzeug auftanken. Achso, einfach so. Scheiße, Mann. Und dann fern ich an mir... Du lässt doch einfach bei uns auch beitreten, Mann. Wie begrenzt bist du eigentlich? Wie geht das dann? Ey, das hat vorhin nicht funktioniert bei mir. Ey, Luca, kannst du jetzt aufmachen? Ich fahr, ich fahr bei dir mit. Ja, vielleicht sollte noch jemand das Auto mitnehmen von Luca. Ach so so. Ja, aber ich glaub, bei dir bin ich sicherer. Okay, Simon, bist bereit? Julian, du drückst jetzt auf meinen Namen drauf in Steam und sagst dein Spiel beitreten. Simon, weißt du den Weg? Daniel, du musst vielleicht da, äh Simon begleiten, dass du weißt, wie der Weg ist. Hast du schon bezahlt, Simon? Ich warte. Ja, dann halt an, dann halt an, lass dich aussteigen, wenn ich meine Wettfahrt soll. Ich weiß den Weg auch nicht. Einfach so wie er drückt nach Pyrgastar. Ja, genau. Achtung, da kommt übrigens ein fetter Bus oder so. Da kommen richtig viele Leute hier gerade. Achtung. Boah, ich sitz beide wieder hinten drauf. Stau, Stau. Warte, fährt der da gegen den, scheiß. Julian, funktioniert's jetzt? Keine Ahnung, ich glaub, ich bin im Leidebild. Ich bin der, der hat mich totgefahren. Luca, hast du erst... LOLL, der ist schon... OOOOH! OOOOH! Luke, halt mal an, halt mal an! Luke, halt mal an! Schließ mal auf, schließ mal auf! Ach so, nice! Wir sind jetzt wieder in Pyrgos und wir haben dir jetzt jeder 30.000 überwiesen. Wir haben jetzt beide auch 60.000. Wir haben insgesamt ein bisschen über 180.000 rausbekommen. Okay, was machen wir jetzt? Noch mal Steine. Du hast jetzt halt schon deinen Rucksack voller Steine, weil wir dich nicht verkaufen. Ach so, ja, okay. Dann geht's aber schnell damit auf für uns. Simon, kommst du auch? Oh, geblöd. ACH! 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 Der ist wieder tot! ACH! Bist du schon wieder tot? ACH! ACH! Der ist explodiert, Alter! ACH! 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 Der wird gemacht! ACH! ACH! Was war's denn der? Die Trucks, die können wir mal anziehen. Fahr den mal um! Fahr den mal voll an! Guck mal, wenn uns einer rammt, hat er vier Leute gekillt! ACH! ACH! Stehenbleiben! Überfall! Die haben locker irgendwas illegales gemacht! ACH! 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 Der war einfach weiter! ACH! ACH! Ja, wo das Auto? Wie steig ich aus? ACH! ACH! Ich hab übrigens noch 60 Leben! Hast du mal tot gefahren? Du hast deinen tot gefahren? Der hat mich gerammt! Der hat mich gerammt! ACH! Ist das kaputt gegangen? ACH! ACH! So ein Idiot, mein Rad ist kaputt! Ne, oder? Eine Mistgeburt! Kollege! Rechts vor links, erste Regel in der Fahrschule, meine Güte! Rechts vor links! Was war denn da? Hattest du keine Augen im Kopf? Wie hockst du da? Wie hockst du da? Alter! Oh Mann! Ich geh gar nicht! Ich geh gar nicht! Ich geh gar nicht! Also wenn die Leute in die Zeug umfahren! Ja, schon wieder! Hör auf! Zum Kack! Nein! Hallo bist du dumm? Du kannst es als Geschenkkopie kaufen und mir dann schicken! Ja, und wieso kaufst du dir nicht ne kurze PSC einfach? Weil es keine scheiß PSAFE-Karten für 12 Euro gibt! Auch weil eine für 15, Mann! Ne, ich bin noch nicht behindert! Außerdem, es gibt auch keine für 15! Es gibt keine für 15! Dann kannst du dir halt noch... Dann kauf dir halt noch... Eine für 5 und eine für 10! Boah! Nein, das ist zu viel Aufwand! Vor allem, weil ich... Dann hab ich ja noch ein 2-Zettel! Ich weiß nicht, wie ich auch lieber sie fahren soll! Alter, du bist jetzt so ein Arsch! Hallo, ich bin Till! Ich schuld Luca seit ein paar Monaten ne Käselauge! Aber ich mischwär mich! Luca, du kannst dein Autotube die Tanken abgezogen! Sag da, geh mal rein! Till kriegt 5 Euro... Ne, Till kriegt die PSAFE-Karte! Wenn wir da reingehen und du sagst Überfall! Ich... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!